hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon soul silver randomize wedlock challenge im letzten part haben wir kai besiegt und chris besiegt haben allerdings ein opfer indirekt im letzten part gehabt von bei kai und zwar unsere nix in dem zweiten anderen part wie ihr wahrscheinlich hoffentlich schon gesehen habt falls nicht ist auch egal und ja dann haben wir noch ein fang versuch für ein azure das dann göttlich gescheitert ist deswegen werden wir einfach weitergehen hoffentlich und ne pokémon ja genau du bist gestorben azure geh weg ich will dich nicht mehr sehen ja ich wollte dich gleich anstrengen und ein was mach jetzt noch mein boss wird sicher wütend auf mich sein die parentat die für uns bäume zu kohlengewinnung fällt sind in den wald getürmt könntest du vielleicht ein fang pränte haben so gute ohren dass sie sich ja sofort in eine richtung drehen wenn du es aber das die gelangenheit bleiben du dich von hinten zu nähern denkst du du kriegst das hin ja wird knapp aber das rätsel ist ganz leicht als rätsel das pränte um hat sich bemerkt weil du auf den ass getreten bist und man muss sich dann einfach nur von hinten an das pränte ernähren und ich werde ganz langsam gehen weil dann vielleicht weniger pokémon kommen denn sobald du von hinten dann du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt natürlich wird das wort zu sein geboten wow das ist geschafft einster pränte wieder einzufangen vielen 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 dank aber irgendwie muss sich noch ein von ihnen versteckt halten du weißt ja brennt erhören so gut dass sie sofort an der jahr 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 richtig wenn ich das jetzt von hier oben anspreche dreht es sich nach oben nein genau dann muss ich es jetzt einmal von da unten ansprechen ja ich werde ein bisschen trennen solltest du nach rechts in die ecke gehen genau so dann gehe ich hier rüber einmal darauf das bemerkt mich guckt mich an ich gehe da außen rum wird von einem wilden pokémon angegriffen natürlich das musste das war so geplant sonst kann man das nicht fangen ja 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 ich habe mir überlegt dass mit dem namen elektro 1 team zu nehmen allerdings habe ich gesehen dass es nichts lernt bis es sich entwickelt ja und darauf habe ich gesagt null lust klasse beide pränte sind wieder zurück vielen dank für deine hilfe auf mich hören die pränte von meinem post ja nicht weil ich keine orden habe man da hätte ich aber da hatte ich aber echt glück das sind ja meine kleinen polen renter sagt bloß hast du beide etwa für mich eingefangen wenn diese zwei keine bäume für mich fällen kann ich keine kohle erstellen vielen dank wie kann ich dir nur dafür erkenntlich zeigen ja ich hab's ihr nehmt das vm01 dass die vor allem zerschneider besitzt du den orten von der arena von azalea city kann der pokémon eine wahl damit kleine bäume fällen aber hat ein pokémon diese vor allem einmal gelernt wird es sie so schnell auch nicht wieder vergessen liegt also sehr gut welche pokémon los die ball bringt ja das ist mein problem ich hoffe bitte kann jemand anders lernen außer das ist mein problem Ja, komm. Egal. Ja. Es ist zu spät. Ich hab zwar eigentlich keine Lust drauf. Zahlt er zwei VMs? Yay. Ja, warum sie das Knie zerschnitten werden? Let's see go over canyon. Hm. Lasst uns gehen. Oh, wilde Pokémon. Geh weg, Azubi. Geh weg, Azubi. Geh weg. Geh einfach. Geh. Ich will dich nicht mehr sehen. Du bist vertakt bei mir. Aua, das klang grad voll komisch. Egal. Diese Musik ist so wunderschön. Oh, das verspätet muss ich den Weg. Ein Item. Wer hätte damit gerechnet? Ein Top-Trank ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Ich werde offscreen demnächst mal ein bisschen viel mit... Ähm. Der Eisenkugel, ja. Hermes. Drum laufen. Hermes hat an einem Ast hängen geblieben und fast hingefahren. Du schwebst. Du fliegst. Wie? 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 Egal. Dum, 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 dum. Bingal. Gott sei Dank habe ich es nicht bekommen. Ich hasse den Bingal. Ich bin hier drauf. Oh, Gott sei Dank kann ich kommen. Kopfnuss. Wem bringe ich Kopfnuss bei? Hm. Wem bringe ich... Ich kann eigentlich, glaube ich, jedem Kopfnuss beibringen. Ich... Ich glaube, ich werde Pi doch reintun ins Team. Ich habe vergessen, hier kann ich einem Kopfnuss beibringen. Ich glaube, ich werde Pi doch ins Team nehmen. Und dann im nächsten Part offscreen einfach ein bisschen hochleveln. Oder nach diesem Part hochleveln. Denn Pi kann ja Kopfnuss lernen. Durch diesen Buddy hier. Was ich hier tue, fragst du? Ich schüttle Bäume mit Kopfnuss. Willst du es auch ausprobieren? Ich bringe es dir gerne bei. Ja, bitte. Ähm. Artemis beispielsweise braucht die Kopfnuss. Ja. Für den Tackle. Obwohl, warte, für den Züberblick eher. Ich bin eh geschalt, das ist sehr geil. Und mit Tackle kann ich sowas ein bisschen weniger Schaden machen. Noch ein Pokémon, was ich so mit dem Beibringen möchte. Ja, ich könnte es Minerva noch beibringen. Ja, ja, ich will es auch ausprobieren. Wir haben es verstanden. Du bist echt gut und so, Guy. Minerva. Ja. Obwohl, du hast Slam schon. Egal, Lämms oder weg. Ja, bin einverstanden damit. Ja, nein. Ach, schade. Ja, Pust, dann wird Kännis-Wilch jetzt nicht beibringen. Minerva. Betrifft aber besser. Ähm, nein, falsch. Das hier. Das hier. Alter. Danke. Danke, wir gehen nach hinten. Nein. Noch ein Pokémon. Nein. Wie gesagt, ich werde Offscreen SP beibringen und Peter hochleveln. Was soll ich noch? Gleich zurück in den Unwern-Trainer. Nein. Zu spät. Wie habe ich die Kimono da? Haben wir noch nicht schon. Kimono, Kimono, mein Gewand. Sag mir, wie finde ich den Wegesrand? Was sagt ihr da? Ihr wollt mich schon einmal gesehen haben in Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber werdet ihr unter Umständen so freundlich meiner Wenigkeit, den Weg aus dem Wald zu weisen? Ja, natürlich. Seid ihr euch sicher? Aber ihr habt doch selbst noch hier durch den Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Ja, mein Zubat kennt ihn ganz gut. Seht ihr? Sieh an sich an. Möchtet ihr mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich geh schon mal vor. Hau ab, Kimono-Schlampe. Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Und einen Top-Äther noch gefunden. Joa. Kann man mal machen. Später erst nütze ich jetzt noch nicht. Warte, hier auch ein verstecktes Item. Nein. Ich könnte natürlich auch mit Kopfnuss. Jetzt ist die Frage. Soll ich Pi in mein Team nehmen? Oder soll ich vielleicht bei Kai Pokémon durch Kopfnuss fangen? Ich kann ja mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich so viel rumgelaufen. Äh, Schallokon ist hässlich. Äh, Panikon. Entschuldigung, ich hab was denn Pokémon belässt. Ich, mhm. Leute, wir gehen zurück und gucken, was so per Kopfnuss kommt. Wenn nur ein Scheiß kommt, dann tue ich Pi ins Team. Ich bin unschlüssig. Jetzt kann ja so ein Scheiß kommen bei den Kopfnussbäumen. Aber es ist eigentlich immer noch besser wie Pi. Egal, was kommt. Oh, es kommt ein Carpador. Dann tue ich sofort mein Pi ins Team. So, geschafft. Kommt hier überhaupt ein Pokémon? Also wir haben hier Bäume, die ich Kopfnussen kann. Der Vorteil hier ans Host, Silvan Hartgold ist, wenn bei einem Baum einmal kein Pokémon gekommen ist, wird er nie ein Pokémon kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will haben, ich will haben. Skaraborn. Bitte gib... Kann Skaraborn überhaupt weiblich sein? Oh, bitte, bitte, bitte. Ich will einen Skaraborn haben. Gib mir einen Skaraborn an. Es... Ist der Vorteil. Man kann... Ich kann jetzt einfach... Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Bitte, 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 bitte. Ich will Skaraborn, gib mir einen Skaraborn und weiblich, gib mir Skaraborn und weiblich. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Wie heißt die Stadt hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich aufgepasst bin. Bitte, 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 Skaraborn, Skaraborn, kein Habitat. Ich will tauschen. Skaraborn wäre so ehfisch gewesen. So, 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 scheiße, fucking ehfisch. Töte es dieses Mal bitte nicht. Weißt du was? Ich hab den perfekten Namen für dich. Ich hab den perfekten Namen für dich, Habitag. Wir fangen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Zumindest ein Habitag ist. Schon mal besser als Pi eigentlich, aber ich mag, bin eigentlich kein Fan von, ähm. Ja. Habitag wird zu... Ibitag. So, danke. Und das Habitag wird Magaira heißen und ist damit die zweite der drei Rachegöttinnen und eine weitere Personifikation der Gewissensbisse. So, und wie heißt jetzt diese Stadt eigentlich? Ich hab's vergessen. Azalea City. Azalea City. Muss ich ja aufschreiben, damit ich's weiß. So. Was kannst du? Blöde Frage, was kannst du? Es ist frech. Schnabel und Heuler. Azalea Auge. Boah. Gibt besseres. Gibt besseres. Aber du kannst garantiert Kopfnuss lernen, oder? Ich geh schnell heilen. Und dann gucken wir mal, ob dieses weibliche Habitag auch Kopfnuss lernen kann. Und jetzt hab ich... Mir fällt auf, ich hab jetzt zwei Flugpunkten... Alter, ich hab doch echt nen Vogel. Verdammt, der war schlecht. Egal. Ähm, wir gucken einfach mal. Kannst du Kopfnuss lernen? Please say yes. I would like to have, äh... Ibitag mit Kopfnuss. Kannst du überhaupt lernen? Ich weiß es echt nicht, Leute. Ich bin grad... Ich bin grad auf siebter Generation. Nicht mehr auf dritter, vierter. Vierter. Geh weg, du scheiß Baum. Ich mach dich gut. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Was? Also ich werd dann offscreen erstmal... ...der Halt hat... ...den Namen ich wieder vergessen hab. Es ist Mageira. Mageira? Mageira. Hab ich's? Ja, okay. Gott sei Dank, ich hab's Mageira genannt. Und man kann nicht mehr... Oh, natürlich. Ich kann einmal ein Stück und schon kommt ein Wildesburgon. Ich hab Mageira gefangen. Mal gucken, ob's dann auf Leveln lässt. Sich gut 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 tun. Was ist... Was ist... Was ist... Skadaborn werden so episch gewesen? Ich... Ich kann's nämlich gut bei den Skadaborn trainieren. Ja. Das werd ich auch machen. Ich glaub, ich werd's bei den Skadaborn trainieren. Aber ich hab's ja auch in jeder Stadt was gefangen. Ich kann's ja Gott sei Dank. Dam, 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 dam. Scheiss, Azur, geh weg. Geht mir alle aus dem Weg. Wow, ich bin echt weitergekommen ohne wildes Pokémon. Ich wollte eigentlich noch bis ans Ende dieses Waldes kommen. War ich ja eigentlich schon. Ich bin nur mit ihm gedreht. Dieses scheiß Scaraborn nicht verheblich sein können. Das wäre so episch gewesen. Stell dir mal vor, ein Glurak und ein Scaraborn. So. Sag mir, dass du mir Kopfnuss beibringen kannst, mein Pokémon. Sag's mir und ich bin stolz darauf. Gut, leck mich. Geh weg. Ich will dich nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und mir fällt gerade... Was heißt, mir fällt gerade ein. Ich habe nachgefragt bei einem Freund. Hey, hallo Chris. Shadow Chris Lippe. Oder hasst Chris. Er hat mir nämlich gesagt, dass der Attackenlehrer in... Eberhold City ist. Das heißt, wir werden lange mit zwei Attacken. Lange, lange, lange. Bei Glurak. Und das ist echt heftig scheißen Kleiber mäßig. Ja. Ich würde trotzdem noch gerne aus dem Wald heute rauskommen. Heute zumindest noch. Bitte. Dank. Bitte. Danke, ich hab's geschafft. Wow, ich bin draußen. Wer von euch gibt mir nochmal die TM? Du nicht, dann gibt's sieh mir die TM. Geh weg. Ähm. Du hast doch noch eine TM, oder? Genau, TM12. Hat sich Glück hier oder so? Verhöhner. Hat sich jetzt echt rentiert und so. Wow. Boah, ich find's fast schon gut. So. Hammers muss heute dann erst einen richtigen Kampf gegen diesen Teenager bestreiten. Hey, hier trainiere ich. Wow. Viel Spaß dabei. Ja. Du wirst es halt ja gut schaden machen. Du kannst nur schnabeln. Wow. Tot. One-Hit. Wow. Gut gemacht, Hermes. Ein Dodo von Guido. Das ist auch ne One-Hit wahrscheinlich weniger, oder? Klagezeichen. Ja, war klar. Das überlebst du aber Hermes. Ich glaube an dich. Ich glaube dich. Ich glaube dich. Wusste ich doch, dass ich glaube an dich können. Taubsee. Taubsee sollte auch kein Problem sein, bis. Fast One-Hit. Ja, egal. War ganz gut, Hermes. Gut gemacht. Bist tot. T.O.D. Ich hab fast C.O.D. gesagt, aber C.O.D. ist was anderes. War Bianca jetzt Level 18 oder war Bianca Level 20? Militang war der, ich glaube ich, 20. Ich hab so Angst. Militang ist einfach so ein gutes Buchmann. Was ist das jetzt für dich auch festens? Was leicht ist? Der... Oh, weh. Das ist ein Drachentyp, die Arena. Ich hab's jetzt schon. BAM! Alter, streck zurück. Oh nein, tot. Wow. Ich hab' ja kapattet. Ich bin dumm. Ich bin Doom, Alter. Ich voll Doom. Guido, Busy. Potz, Blitz, Blitz, Potz. Ja. Wir stellen uns jetzt hier neben der Straße still. Gucken das Schild an. Beenden den Part heute. Jetzt zum Tier. Und ich werde bis zum nächsten Part unser Mageyra auf Level 16 trainieren. Und ich werd mal nachgucken, wann auf welchen Level Bianca ist. Wir sehen uns dann. Bye.